Ein schönen guten Abend. Noch immer bestimmt Olympia unser Tagesgeschehen und Sie erfahren natürlich auch bei uns im aktuellen Bericht, was sich heute getan hat. Hier sind weitere Themen. Wir schauen noch einmal nach Kröw, wo vorletzte Nacht ein Hotel teilweise eingestürzt ist. Wie geht es dort nun weiter? Hohe Durchfallquote bei den Bewerbern im Polizeidienst. Was sind die Ursachen und die Konsequenzen? Und wie geht es weiter bei ZF? Heute wurden bei einer Betriebsversammlung Antworten der Geschäftsführung erwartet. Es hat gedauert bis kurz vor Mitternacht, bis die letzte verschüttete Person aus dem zusammengefallenen Hotel in Kröw geborgen wäre.